recht herzlich willkommen zur 67 folge von ja wir sind im neuen sektor schon haben wir so ein paar möglichkeiten was denn auch erreichen zu gucken was hier im schwarzen platte los ist kupfer und bohrer brauchen hier auch sehr interessant wieder fünf bohrer ja noch letztens ja auch schon das wollten wir jetzt gar nicht mehr und auch noch mal rein die haben auch was die von silber lohnt nicht da unten ist auch noch einer schwarzes brett die wollen auch selber so den aber den aber den aber und gibt es noch einen da oben sind noch zwei aber die haben keine doch der hat ein silizium 42.000 gut und das war hier zu schwachen ja gut dann die drei hatte ich geguckt das war schon ja das war's dann dann können wir gerade noch mal schauen einmal draus um sehe ich das 123 vier stück waren zwar oder ich das auch angeklickt super irgendwie konnte man durchblättern ich weiß aber nicht mehr wie naja ok sehe ich jetzt überhaupt nicht was dann ausgewählt ist komisch ja das war schon ok dann soweit dann können wir gerade noch das handelssystem umtauschen um zu gucken ob handel hier ist das funktioniert natürlich jetzt nicht so so jetzt können wir das handelssystem einmal gerade gucken hier der metallmine handelsbosten jetzt 305 275 35 und es lohnt ja gar nicht wirklich nach aber borer gibt es hier bestimmt auch nicht ne borer gibt es hier nicht so bedeutet wir fliegen wahrscheinlich dann mal einfach weiter karte nordost da oben ist das tor sogar das südwest tor dann ist da oben noch eins dann muss es das nordost tor sein ist so dann fliegen wir mal dahin schnell passt ne das drücken sehe ich gerade nicht aber sehe ich schon welche die da irgendwo im nebel sind müssen wir ein bisschen aufpassen ich glaube direkt vor uns ist jetzt aber keiner ne machen wir gerade hier die waffen aus bevor ich da irgendwas kaputt baller ich glaube hier ist jetzt nur das tor ne das ist das tor passt ja nächster sektor gucken was da los ist also dass mir ein energieupgrade das war schon ganz wichtig ne hier sieht es nach viel schönen sachen aus ja man sieht 1299 zwei stationen zwei schiffe handelsbosten da und da unten ist noch eine station die da werft ne ressourcen depot ok nichts weltbewegendes hier gibt es grünes jetzt können wir gerade noch gucken dass wir den dingens umbauen den c-detektor reinbauen wir können auch gerade erst hier reingucken aber das kann ja nichts sein ne weil hier ist ja nichts da ist er wertvolle objekt gefunden ok das ist ja schöne meldung ne gucken wir doch mal das wertvolle objekt hier an achso neun wo ist das das zeigt er mir nicht an er hat es gefunden aber er zeigt es mir nicht an wo ist das wertvolle objekt denn dann wo ist das wertvolle objekt wertvolle objekt gefunden wie kann ich es denn feststellen noch wo ist das spiel anders im tutorial und das ist eine fehlermeldung tja früher kannst du es mal rum suchen ne also wie kann ich das entdecken etwas gefunden wie komme ich dahin wie das sind automatisch gemacht nennen das ist jetzt das wertvolle objekt nein oder nicht wirklich das sind ein paar astroiden das ist ein tolles objekt reisen da unten ist was da ist ein asteroid wenn es der dann sein soll aber das ist einer mit dingens das heißt den kann man nicht claim ein schiff in deinem sektor ruft um hilfe da unten ist es ok dann sollten wir da mal unterstützen hingehen oder ich glaube der bandit der möchte mal bescheid wissen die 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 Finden wir das auch mal getroffen? Was ist mit dem? Ist der näher? Der ist näher. Naja. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen näher ran, um denen mal einen Kick zu geben, ne? Äh, Treppen ist irgendwie Pflicht, oder? Wieso treppen wir den nicht? Hm. 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 Ja, jetzt ist er überhitzt und shit, ne? Jetzt sind wir da außer Reichweite. Und ich geh jetzt mal die Hitze runter. Der ist kaputt. Die sind, glaube ich, alle kaputt, oder? Ja, da blinkt noch was. Klingen wir mal hin, oder? Ein oder andere Bauteil ist ja vielleicht ganz interessant. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, welches von den Dingern unser... Ich sag schon, unser Abbauer ist unser Abwracker. Hier ist kein Bauteil. Ich dachte, das wäre ein Bauteil in grün. Aber nur Infinity Green. Da gibt's noch was hin. Achso, das waren Credits, oder? Nee. Titanium. Ja, dann, kurz einmal geguckt. Da hin. Bergbau-Geschützturm und der Abwracker liegt auf 3, also. Alles klar. So, einmal abbauen. Ein bisschen was mitnehmen, ne? Ah, das funktioniert aber ganz gut, ne? Wenn der dann trifft. Kriegen wir den auch ausgewählt? Ja. Da ist ein Bauteil rausgekommen, aber von normaler Qualität, würde ich sagen. Okay. So, dann nochmal ein bisschen abbauen. Dann... Dann... Ah. Schwierig, ne? Da ist noch was. Treffen ist Pflicht, ne? Aber überlasse. Kriegen wir da noch was. Weg ist er. Jetzt haben wir das abgebaut. Super, ne? Aber irgendwie... Was ist das denn für ein Teil? Ne Waffe. Und irgendwie aus Naunit, Doppel-Gravitations-Geschützturm. Also nicht so interessant für uns. Da ist noch ein Schiff. Kriegen wir da mal hin und gucken, dass wir den Hauptteil da kriegen. Oh, da ist was Schönes. Das ist ein Bauteil für fünf, oder? Ne, für drei. Verwaffnete oder unbewerbliche Geschütztürme. Energieverbrauch. Okay. Weiter, da Mara noch. Oh, ich glaube da ist gerade die Fracht rausgezogen. Kann da sein. Da braucht es noch eine Waffe. Und bei der Fracht muss man natürlich aufpassen, dass das nicht nachher wieder böse Fracht ist, oder so, ne? Kann man das mitnehmen? Gucken wir mal, oder? Ist ja nur so. Ne, das ist doch keine Fracht gewesen. Wir sehen da nur so aus, oder? So, zentrieren. Die haben wohl böse Schiffe, oder was? Subraumsignale wurden erfasst. Das ist alles nix, ne? Tja. Ich weiß auch, dass man bis zum letzten Teil das auseinandernehmen kann, und im letzten Part, den man da abbaut, kann man immer noch was im Bauteil drüber sein, ne? Ja, das ist die Schwierigkeit hier jetzt. Ja, ist aber jetzt irgendwie nicht so doll hier. Gut, da waren noch ein paar mehr, ne? Ah, da liegen ja auch noch ein paar rum. Ne, die hat sich schon ausgewechselt. Guck, da gibt's neues Futter. So. So ein Brack hier, ne? Okay, das Bauteil haben wir auch. Ja, das ist ein Handelssystem gewesen. Wenn ich mich nicht getäuscht habe. Ja, sieht dann auch aus. Und weiß ist also wahrscheinlich kein besonderes. Eins von den einfachen. Schöne Explosionen, aber... Da kommen ein paar Rohstoffe dann noch zusammen. Na ja, komm. Mach die Eins an, die Drei aus und los geht's. Helfen wir da vorne mal. Oh, schon kaputt. Na ja, dann war's das schon. Ja, dann mal kurz draufhalten. Flackern tut ja nix. Ein bisschen näher noch. Bisschen wieder zurück, ne? Dann geht das auch mit dem Uppbaum besser. Glaub ich. Da gab's ne Waffe. Eine kleine Gruppe. Ah, der Schiff ist aufgetaucht. Okay. Wo sind sie denn? Denn ich sehe sie nicht so unten in der Mitte. Da sieht man sie schlecht unter dem roten Balken. Etwas schwieriger zu sehen. Okay. Da nochmal. Kriegen wir das hin? Komm schon, geh mal kaputt da. Und da ist die Reichweite noch nicht gegeben. Da? Ja, da ist sie. Auch noch nicht. Da müssen wir näher ran. Okay. Die bösen Alien-Schiffe sind da unten. Kommt da jetzt ein Bauteil raus, was wir mal gebrauchen können? Ja. Okay. Na, komm schon. Spuck mal ein schönes Bauteil für uns aus, bitte. Da kommt nix bei rum, du. Ja, da ist noch ein neues Teil dann. Geht auch schon. Da ist ein bisschen mehr rausgekommen jetzt. Aber am Ende ist das alles zu wenig. Ja, komm schon. Das war schon wahrscheinlich zu nah, ne? Bisschen Antrieb, ne, den ich da jetzt gerade anvisiere. Okay. Jetzt kriegen wir das Ding auch kaputt, oder nicht? Die Alien-Schiffe sind da unten immer noch, ne? Da ist ein Antrieb. Da ist ein Antrieb. Noch ein Antrieb. Ah, da ist Bagatell-Schäden jetzt hier. Und irgendwie nix rausgekommen, ne? Kein einziges Bautor aus dem Schiff jetzt hier. Kann da sein? Ja. Sieht wohl so aus, ne? Ja. Ja, das war's dann. Gut. Gut. Wo sind die Roten? Die sind da. Die Zoltan sind das. Die Frage, ob ich da... Ne, ich werde da nix mit den Zoltan machen. Das bringt mir nix. So, wir haben jetzt immer noch hier so ein Teil rumfliegen, was von Wert ist, hatten die doch uns da erzählt, ne? Lass uns mal gerade ins Handelssystem noch gucken. Äh... Ja, das war das, ne? Bedeutensammel... Beutesammelreichweite ist das. Ist doch nicht das Handelssystem. Da fehlt mir hier der Sack da dran, ne? Dann ist das das. So, nochmal da rein. Ja, aber ich finde das wahrscheinlich nicht. Ich wollte auf 9 drücken. Das mal schließen. Jetzt sind wir außer Reichweite. Da ist er. Ruhig reinen Zufall angeklickt. Also unser System ist in der Hinsicht schlecht dafür, ne? Dass wir den hinkriegen. So, wo ist das? Da unten. Da ist er. Fliegen wir hin, klemmen wir. Den wollen wir ja eigentlich schon dann haben, ne? Oder? Aber haben brauchen wir den auch nicht. Können wir eigentlich weiterverkaufen. So, aufpassen, dass wir da jetzt nicht gegenfliegen. Da sind ja doch so ein paar Asteroiden, ne? Da sind noch ein paar mehr, ne? Okay. Ein bisschen näher kommen noch. Dass er dann jetzt das Ding, was unser Sensor gelesen hat. F. Da geht's. Einnehmen. Und dann nochmal F. Und Asteroid verkaufen. Ja komm, zack, weg damit. So, jetzt nochmal hier rein. Einmal ausbauen, wieder einbauen. Und das Objekt ist immer noch da. Das wertvolle Objekt ist immer noch da. Aber keiner weiß wo, ne? Tja, das kann überall sein. Und hinter so einem Asteroiden auch leicht versteckt, ne? Hm. Unsere Scanner reichen nicht so weit. Gucken wir mal hier lang. Das sind alles einzelne. Hier sehe ich auch nix. Wo könnte hier das wertvolle Objekt sein? Nicht zu sehen. Und wir haben auch nicht jetzt irgendwie was, wo wir das... Geschützturmkontrollsystem. Das haben wir ja im Bergbausystem. Im Teil in der Nähe befinden sich Asteroiden. Ok. Schildbooster. Und das ist das System zum Schießen. Das passt schon. Radar-Upgrade. Massen-Scanner-Reichweite. Das sind die Blips-Geschichten, ne? Generator-Upgrade. Hier. Schild wird stärker. Ja, das war Traktor stark. Und das ist das Battery-Upgrade in einfacher Version. Ja, ne, ist nicht. Da können wir uns auch jetzt einen Wolf suchen, wenn wir sowieso nicht finden. Aber ich denke, wir machen uns auf die weitere Reise. Warte mal. Da muss ich noch schnell Rad vorbeigucken. War das das? Das sieht so anders da aus. Ah ne, das ist Eisen. Ok. Dann war das leider doch nicht das. Hier ist nix. Das kann sich überall verstecken, das Ding. Hier müssen wir wieder hinkommen, wenn wir bessere Scanner haben. Da ist noch ein Brack. Ja. Das war's wohl. Ok. Lass uns gerade mal auf die Karte gucken. Ok, wir werden das nächste Mal nach Nordwesten hier weiter fliegen. Nord-Nordwest wird das wahrscheinlich sein. Und dann gucken wir mal, was wir da kriegen, ne? Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.